Ah, das war gestern Abend zu malen. Ah, ich weiß warum. Ich glaube, das ist der Vorschein war der Ärger. Da muss man filmen. Oh, der lässt sich schon machen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn die so kleinen Beinen geben, dann machen sie jetzt gleich. Ungefähr. Den Flugplatz habe ich auch mal ein bisschen Schiss stehen zu lassen. Ja, ich auch. Total. Nicht immer so richtig wohl. Ja. Noch immer zu kalt, die Ralf. Ja, aber jetzt geht es doch schon ganz gut. Auch die Bremse ist gut. Die Bremse ist super. Genau, die nahe Bremse. Da hätte ich jetzt nicht gehabt. Da noch innen reinzuziehen. Ich hätte nicht mehr filmen können. Also bis jetzt nicht mehr komfortabel. Die Leistung ist schon klar. Das muss ich ja schon mitzunehmen. Das wäre schon geil. Ich stand beim Ringauto helle. Boah, das hätte schon Spaß. Wir sppiegeln nicht dir. Nein, Introduktor vom Ringauto. In der Zwischen veramente 05 Die sind so schnell. Ja, das ist auch krass, wie der hochgeht. Ich habe vorhin schon gedacht, na, kriegt man so was. Den M4 haben wir ja auch gekriegt. Aber der ist schon fast. Du überlegst, dass der ja auch noch ein wenig Leistung hat. Aber gut, der ist halt leichter, aber trotzdem ein guter Allrad. Ein Allrad-Schluck Leistung, aber krass, wie der bergauf geht, oder? Ja, das war's. Ja, das war's. Ah ja, der war wirklich gut. Der hell ist immer schön drauf. Jetzt merkst du ein bisschen Film, aber nicht viel. Jetzt nimmst du viel. Das war kein Platz. Ja, warte mal kurz. Hier kommt schön das Heck. Ich finde, das kommt gar nicht. So ein Mitlenk. Natürlich käme das beim Heck lieber mehr. Eigentlich ist das schön ausgewogen. Muss ich mal so sagen. Aber ich kenne das auch ganz anders. Dass das Auto über die Vorderaxe anfängt zu schieben. Jaja, das hat er hier so gut wie gar nicht. Das stimmt schon. Das hätte ich auch mehr erwartet tatsächlich. Was ich auch tatsächlich interessant finde. Du hast die Elektronik ja an, wenn ich das richtig sehe. Oder zumindest das Teil an. Also die regelt gar nicht so krass. Der Rest ist schon ziemlich viel Fahrt. Ich habe jetzt gerade das ESB auf Sport geschaltet. Vor der Runde, ne? Und dann hast du so eine lange Leine. Oh, jetzt haben wir den Schluss gesetzt. Ja, das liegt an deinem Gewicht. Ja, jetzt bin ich eigentlich. Immer auf die kleinen Dicken. Das macht er normalerweise nicht. Ja, ja. So ein Zufall. Ausgerechnet nicht dabei. Aber das ist schon ein Glück. Und jetzt haben wir eine noch. Und dann braucht Fahrzeug und Fahrzeugführer eine Pause.